Garcia soll Alonso's erster Neuer werden. Im Verdachtsmoment des großen Triumphs dachte Xabi Alonso, 42, bereits an die Sese und jene neue Saison, in die Sese und jene Bayer Leverkusen wie Titelverteidiger startet. Wir sollen die Sese und jene richtigen, intelligenten Entscheidungen treffen. Die Ziele werden überlegen sein. Ab Montag ist mein Wunsch, etwas Neues vorzubereiten, sagte Alonso hinter dem 1 zu 0 in dem Pokalfinale gegen Lautern. In den nächsten Tagen könnte der erste Neuzugang für Bayern 04 verabredet werden, hatte bereits an dem 8. Garcia soll Alonso's erster Neuzugang werden. Mai berichtet, dass der Spanier Aleix Garcia, 26, von dem FC Girona ein Kandidat für Leverkusen ist. Dass Leverkusen sich mit Garcia auf einen langfristigen Abkommen geeinigt habe. Der Mittelfeldspieler und Kapitän von Girona hat eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Elevationenwinkel von 15 Millionen Euro in seinem so lange bis 2026 laufenden Abkommen. Garcia gilt wie Passmaschine und soll der vierte Topmann darüber hinaus den Granit Xhaka, 31, Robert Entridge, 29, und Ezekiel Palacios, 25, für die Sese und jene Doppel-Sex werden. In der Saison brachte SDA Nationalspieler auf drei Tore und halbes Dutzend Vorlagen in 40 Pflichtspielen, 37 in der Spielklasse und 3 in dem Pokal. Diese emotionale Titelparty war so eine verrückte Achterbahnfahrt, denn die Sese und jene ganze bekloppte Saison. Erst Traumwetter, hier Wolkenbruch und ein Regentanz der Double-Helden auf der Szene in der Bay-Arena. Und an dem Beendigung sangen Spieler und die Sese und jene kreis zirkulär 40.000 Fans glückselig, deutscher Double-Sieger. VB. Rund um das Stadion warteten namhaft alternative 60.000 Fans auf die Sese und jene Mannschaft von Bayer Leverkusen. Die Sese und jene auf zwei offenen Bussen von dem Schloss Mausbruch zu dem Stadion gebracht wurde. Zuvor hatten sich Bosse, Profis und Trainerteam in das goldene Buch der Stadt Leverkusen eingetragen. Es ist unglaublich, die Sese und jene Fans sind so glücklich. In der sagte Trainer Xabi Alonso, 42, Wahnsinn. Diesen Verdachtsmoment mit ihnen zu teilen, ist wundervoll. 2000, eh? Wir würden einfach wundervoll. Musik Untertitelung des ZDF, 2020